Hello again und herzlich willkommen zurück bei Nano Gaming mit dem Erik und dem Kim. Hallo, na wieder. So, in der letzten Folge ist ja in Anführungsstrichen einiges passiert. Getreut. Zum Beispiel, getreut kann man es nicht, denn es war ja so ein Versuch zu treuen. Aber naja. So, und wir sind jetzt gerade dabei gewesen, oder besser gesagt, ich bin dabei gewesen, das Haus zu bauen. Wobei du mir theoretisch eigentlich auch helfen könntest, Kim. Ich baue meinen Leuchtturm. Dann baust du heute einen hässlichen Leuchtturm. Okay. Mega hässlich. Deine Mom. Irgendwie habe ich so ein Verlangen im Game Mode zu bauen. Nee, Spaß. Wie oft noch. Ich habe dir so oft gesagt, egal was du privat machst, jetzt steh mich hier nicht. Sagte deine Mutter auch gestern zu mir. Ich sagte... Ach, dann ist das... Okay. Oh mein Gott, hasse ich mein Headset. Was hat... Ich werde einfach an einen Hungertod. An was soll ich denken? Ich werde einfach an einen Hungertod sterben. Achso, ich soll also an einem Hungertod sterben? Ja. Okay. Ich werde an einen Hungertod sterben. Interessant. Ich soll also an einem Hungertod sterben. Was meint ihr darüber... Ja, Mann! Was meint ihr dazu? Soll ich an einem Hungertod sterben, oder soll ich das nicht tun? Schreibt sie die Kommentare. Was ist denn los für Hunger? Mit einem Hashtag Hungertod. Haha. Habe ich jetzt meine Türkei an? Oh Gott, bin ich demig! Hashtag Hungertod. Wer ihn verhungern lässt, gibt meine Maus und meine Tastatur. Was hast du denn für eine Maus und eine Tastatur? Ähm... Mehrere. Deine zu aktuelle. Ähm... Logitech G19S. Okay. Ja. Und halt die Razor. Ich weiß gar nicht, welche Razor das ist. Die Oa Boas... Bubbel. Was? Bubbel? Nein, die Oa Boa. Weißt du? Nein, das... Da hast du auch diese Verpackung. Das ist gerade Oa Boas. Was hättest du eigentlich davon, während der Aufnahme nicht zu reden? Äh... Zu essen. Zu reden. Tut mir leid, ich... So wirst du... Schreib's in die Kommentare, was soll ich bei deinem Essen? Soll ich's lassen? Mit einem Hashtag aufzuessen. Der war nicht, oder? Doch. Doch? Doch. Okay. Okay. Oh, du lachst gar nicht. Nein, Spaß. Okay, jetzt. So. Wie er es nervt. Lalalala. Was? Du nervst. Ach. Bis ich mit dir fertig bin, ist Elimania 20 draußen. Was draußen? Elimania 20, musst du nicht kennen. Muss ich auch nicht. Sollst du dir nicht checken, was es ist. Würde ich auch nicht. Scheiße. Ey, du wolltest mir noch deinen scheiß Knochen geben. Äh. Äh. Das war in der letzten Folge. Wir müssen so eine Folge weiter. Ja. Ja. Oh, das ist knapp. Oh Gott, wie das hier aussieht. Da bleiben wieder hästige Bäume fällen. Mit Steinwerkzeug. Mit Steinwerkzeug, sagst du? Das lach ich. Sagst du? Sagst du? Sagst du? Hm? So. 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 Sag ihm, er soll die Klappe halten. Musst du schon mal ausreiben. Hä? Guten Tag. Aero. Guten Aero. Dein Deutsch für... Einen guten Aero. Und... Hier. Ja, das sind wir. Ja, seid ihr auch interessiert, seid ihr Lust habt, auf Minecraft-Server mitzuzocken, seid ihr auch bei den Aufnahmen mitzumachen, dann könnt ihr einfach mal auf den Server kommen. Die IP wird, denke ich mal, in allen Videos unten in der Beschreibung stehen. Und auch im Teamspeak. Äh, die vom Teamspeak, meine ich. Dann wollt ihr, das wollt ihr auch grad sagen. Ja. Vielleicht bist du für morgen ein Teil der Security. Security von unserer Minecraft-Ballion. Bist du fertig? Ja, nur? Doch. Nein. Doch. Nein. Wenn ich sage, du bist fertig, dann bist du auch fertig. Womit bin ich fertig? Ich bin immer auch am helfen. Genau deswegen. Ja. Das ist so, mit fastem Haus so. Oh, Alter, halt einfach deinen... Oh. Nein, dass wir grad extra so geschauvespielt haben. Oh, mit fastem Haus so. Oh. In Wirklichkeit spuck ich die ganze Zeit das Essen aus und wir uns... ...müsst wieder... ...reigen. Wieso glaube ich dir das nur? Das gibt es doch nicht. Doch bei Roller. Nein, bei WhatsApp. Schleichwerbung. Hashtag Roller. Hey, mein Internet ist grad so gut, Alter. Zwei Balken und so. Leggig oder so? Kim? Das war ne Frage. Kim? Ja, ich glaub ich lebe. Ja, du... Ja, Schleichwerbung und so. Hat angerufen. Ach so, ich hab grad gedacht, ich hab da nicht Probleme. Das ist jetzt übrigens schon das zweite Mal, dass du während der Aufnahme weg warst und mich allein gelassen hast. Ach, du wolltest ja vom Server fliegen. Ach, das geht noch. Also... Das ist auch nicht schlimm. Hast du auch so einen extremen Rückenschmerzen wie ich? Nein, aber... Wenn ich mal nicht antworte, ich bin zwar da, ich werde bloß... ...nicht gerade jetzt immer anwesend sein, weil ich grad noch was machen muss, auf jeden Fall. Es ist grad schrecklich und ich bin... ...da. Aber halt nicht am Zocken. Doch. Du grad nicht... ...ansprechbar. Du musst aber ansprechbar sein. Du bist mir ansprechbar. Das geht aber grad nicht. Doch, muss es. Hä, wo ist meine Wackbank? Ach so, ja, ich bin so... ...äh... 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 einfach kann jetzt ja ein bisschen real life story und so oder auch nicht so stehen wir den boden welches ich tun eine scheiße musste hat nur wieder ein wort zu sein besonderes 1000 Abonnentenschlüssel wird das höchstens eingefügt wird es höchstens zugefügt ein Nacktbild von deiner Ex Schnauze Nein, so sind wir ja nicht Schnauze Sonst komm ich zu dir und box sie ins Gesicht Also drei Euro, halt für den Reigen Schnauze Oh mein Gott, was ruhig Döner zockt mit uns, Daisy Erklaren die Dunkelheit uns alle ab Eule, 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 Eule Ich lache wieder groß So, jetzt habe ich riesige Probleme Das wird natürlich die Horseport ziemlich schnell verlängern Scheiße Ne, halt wird es nicht, ich mache das ganz speziell und so Wird es eigentlich schon wieder Nacht oder so? Ne, noch nicht Arbeit Ähm, wie schon schlimm, wenn man gerade irgendwie bei Mädchen treiben, frachnimonieren muss Cool, du bist voll der Player, jetzt wissens alle, jetzt weiß es ganz YouTube, wuhu! Das Skandal Heute auf RTL 2 Keine Schleichwerbe Mitten im Leben, anders war RTL Nein, wir werden kein bisschen dafür bezahlen, wenn wir die Namen von RTL oder was weiß ich Doch wirst du Ach, irgendeiner muss doch den Server bezahlen Auftrag vom RTL Dim 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 Ich wisch mir aufs Spiel Ich, bald lassen wir hier so ein Intro so, so RTL laufen Genau Halt, stopp, jetzt reicht es Das bleibt alles so, wie es hier ist Und da wird auch nichts dran rütteln Ahahahahah Oh, mein Gott Oh nö Man, man, pfff So, wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas, also Hä? Hä? Achso, ja jetzt weiß ich es wieder Ich wollte Bäume fällen Irgendwie so, das glaub ich Übrigens, wenn du Eichen, also richtige normale Eichenbäume brauchst Ich hab hier welche gepflanzt, ja Die wachsen jetzt hier einmal komplett halb um die Insel So Oh Mann, er kommt gleich Was? Nirgendwann, sie ist hoch Ja, dann müde ich aber bitte so lange So, mit der Wille Hey, hier ist noch ein normaler Baum und ich hab keine Axt mehr Sorry Ich glaub, ich geh gleich nochmal an eine Mine und tu mir ein bisschen Eisen Was ich jetzt auch tun werde Kommst du mit? Okay Ach, fick dich doch Was gibt es nicht? Eines Tages, dann begesse ich mich noch zu muten Ah, Menschen Die sind überall Menschen sind scheiße, oder? Wie ist meine Zockerbraut? Außer meine Abonnenten Unsere Abonnenten Wie rüber? Hört ihr das Herz geklaut? Mein Gott Wie ist deine Zockerbraut? Was ist mit einer Zockerbraut? Wie ist deine Zockerbraut? Ich hab keine Zockerbraut Du hast eine Zockerbraut Ich hab keine Ich brauch keine Und es ist das Minecraft-Männchen, was du spielst Genau Das Minecraft-Männchen, was du spielst Hilfe 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 Männchen Was ist denn jetzt schon wieder los? Warum brauchst du Hilfe? Hilfe 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 Keine Zockerbraut Wer hat mir sonst mein Herz geklaut Wenn jetzt ist es Hilfe 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 Okay, nein, nein, nein Du solltest dir nicht helfen Ich brauch Eisen Ich brauch unbedingt Eisen Da ist eine Kuh in meinem Haus Alter, warum spawnen hier auf einmal so viele unterirdische Monster Das regt mich total auf Ich hab auf einmal alles voller Monster und ich werde sterben, wenn ich hier unten bleibe Das ist mir definitiv klar Wird's eigentlich schon Nacht? Kim Alter Jogi, du regst mich auf, ehrlich Ja Du bist meine Zockerbraut Kim Ja, was? Alter Wird's Nacht Verdammt Scheiße 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 Nicht so Ja, okay Es wird Nacht So, dann beenden wir Oder es ist Nacht Hiermit beenden wir schon mal die nächste Folge Oder diese Folge Sagen wir es so Ähm Ich sag halt schon mal Ciao Und bis zum nächsten Mal Yep Bis dann Und immer schön Halt deine Schnur Und bis zum nächsten Mal Bis dann Bis dann D D